Trampolinspringen im Garten, das macht Mila Moritz Spaß. Die 16-Jährige ist sportlich und aktiv und mit einem Zweierschnitt auch gut in der Schule. Das aber war nicht immer so, speziell im Fach Mathematik. Schon in der Grundschule fiel ihre Schwäche mit Zahlen umzugehen auf. Zusammenzählen, Minusrechnen, Zahlzerlegung und auch die Uhrzeit abzulesen fiel ihr sehr schwer. Ich konnte mir das auch einfach gar nicht vorstellen, warum jetzt ein Tag nur 24 Stunden hat, auf der Uhr gibt es aber keine 24 so ungefähr. Oder dann auch mit der 6, 6 Uhr morgens, 6 Uhr abends, manche sagen 18 Uhr, da war ich auch wieder total verwirrt, weil auf der Uhr steht auch keine 18 und dann musste ich auch nicht mehr weiter sozusagen. Mila war in der zweiten Klasse, als ihre Mathe-Schwäche auffiel. Eine aufmerksame Lehrerin sprach ihre Eltern darauf an. Anhand verschiedener spezieller Tests wurde schließlich ihre Rechenschwäche festgestellt. Übrigens, Dyskalkuli sagt nichts über die Intelligenz eines Menschen aus. Oft sogar haben Dyskalkuliker einen überdurchschnittlichen IQ. Für Mila selbst und auch ihre Eltern war die Diagnose in jedem Fall eine Erleichterung. Denn Mutter Viola wusste oft nicht, wie sie ihrem Kind in Mathe helfen kann. Spannungen gab es insofern, dass ich anfing mit ihr halt zu lernen und das eigentlich jeden Tag. Dass wir jeden Tag so eine halbe Stunde bis eine Stunde Mathe geübt haben, weil ich dachte, wenn wir das viel üben, dass das gut ist. Ja, und das war im Prinzip so im Nachhinein halt einfach zu viel. Seit die Dyskalkuli festgestellt wurde, geht Mila einmal pro Woche nach Altenstadt in die Praxis für Psychomotorik und Lernförderung. Die Lerntherapeuten dort beschäftigen sich seit Jahren mit Dyskalkuli. Und die ist gar nicht so selten. Circa 6 Prozent der Grundschulkinder haben eine Rechenschwäche. Und das Problem, die Uhrzeit ablesen zu können, ist typisch für Dyskalkuli. Bei vielen Uhren hat man nicht alle Zahlen. Und dann ist es beispielsweise auch so, dass dann die Minuten werden ja mit dem großen Zeiger abgelesen. Das heißt, wir sagen dann 10 nach 2 und der große Zeiger steht auf der 2. Und wir sagen aber 10 nach und das ist eben für Dyskalkuliekinder unheimlich verwirrend. Und da muss man in ganz kleinen Schritten das einfach denen beibringen. Mit kleinen Schritten bzw. kleinen Würfeln hat Mila gelernt, mit Zahlen umzugehen. Mit den einen Würfeln hier habe ich dann sozusagen angefangen. Da habe ich dann erstmal Plus und vor allen Dingen auch Minus gerechnet. Dann halt ganz einfach im Zehnerbereich. Und dann bin ich über in den großen, sag ich jetzt im Zehnerbereich. Dann gibt es hier diese Stangen, wo halt 10 von den kleinen Klötzchen sind. Und dann geht es halt immer weiter sozusagen. Und dann geht es zum Hunderterbereich. Dann hat man hier halt diese ganzen Platten schon. Die Würfelchen haben Mila beim Rechnen geholfen, weil sie etwas Gegenständliches sind und nicht abstrakt wie Zahlen. Deshalb werden in der Praxis für Psychomotorik und Lernförderung in Altenstadt zum Beispiel auch leere Wasserflaschen umgekegelt. Das soll die Zahlzerlegung trainieren. Konkret sehen, aus welchen Teilen die Zahl 9 besteht, beispielsweise aus der 2 und der 7. Und dann irgendwann geht es darum, dass man dann das auf dem Platz sieht, dass man nur noch die Kegel sieht, dass man dann die Zahlen dazu aufschreibt. Und irgendwann sehen die Kinder die Kegel gar nicht mehr und dann stehen nur noch die Zahlen da und dann sollen sie eben die Zahlen ergänzen. Spielerisch lernt es sich besser und auch wenn noch Bewegung hinzukommt, wie hier an der Kletterwand. Erst wird hochgeklettert, dann nehmen sich die Kinder ein Aufgabenkärtchen und unten angekommen rechnen sie das Ergebnis aus. Bewegung ist generell gut in Verbindung mit Lernen, weil das Gehirn wird mit Sauerstoff versorgt in dem Moment, wo man sich bewegt. Und man kann sich die Sachen einfach viel besser merken, wenn man sich bewegt während des Lernens. Das ist generell ein Lerntipp. Sich bewegen, während man lernt, ist sehr viel effektiver. Für Mila ist die Therapie in der Lernförderung inzwischen abgeschlossen, aber sie geht noch freiwillig einmal pro Woche hin. Lerntherapeutin Jasmine Wanya unterstützt sie bei den Hausaufgaben oder auch bei der Klausurvorbereitung. Inzwischen schreibt Mila sogar oft gute Noten in Mathe. Und sie hat noch viel vor. Ich will auf jeden Fall Abi versuchen. Und wenn das klappt, will ich beim Zoll in Frankfurt am Flughafen bei der Hundestaffel arbeiten. Und wenn das halt nicht klappt, irgendwas mit Design oder so. Aber so Polizeihundeausbilderinnen, das ist so mein Berufstraum, sag ich mal. Und dafür trainiert sie auch schon ein bisschen, auch wenn das später in der Polizeihundeschule sicher etwas anders aussehen wird. Mila weiß, was sie will und auch, dass es nicht ohne Üben geht. Gerade in Mathe. Mit ihrer Rechenschwäche geht sie heute locker um. Ich bin eigentlich auch froh, dass ich das habe, weil dadurch bin ich halt viel fleißiger geworden und auch selbstbewusster. Und wer weiß, ob ich ohne Mathe-Disköckli überhaupt jetzt so weit gekommen wäre. Übung macht eben doch den Meister. Sei es in Mathe oder in anderen Dingen. Wenn es beim ersten Mal noch nicht ganz klappt, irgendwann klappt es ganz bestimmt. Weiter, weiter, weiter. Ja, fein!